Deswegen sollte man sich hier auf jeden Fall kein Fauxpas leisten. 119. zum Vorbericht zu unserem Spiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen den SC Freiburg. Und ja, nachdem wir einmal quasi Ergebnis hoch gegen Tabelle tief hatten und dann Ergebnis tief gegen Tabelle hoch hatten, folgt nun vermutlich mal unsere Kragenweite, wenn man so ins Bundesliga-Mittelfeld will. Wir hatten jetzt ja immer beide Extreme. Wir hatten Kantersieg gegen Abschiedskandidaten und wir hatten eine Klatsche gegen eben eine Meisterkandidaten. Deswegen wird es wahrscheinlich sehr, sehr interessant am Samstag werden. Die Freiburger kommen mit Selbstbewusstsein. 2-1-1 im Sieg gegen den BVB, gespielt wird in einem 4-4-2. Zum Saisonauftakt gab es davor 0-0 in Bielefeld und auf dem Markt. Ja, ist wenig passiert. Die kennen es vielleicht aus der Saisonprognose noch. Dann kam noch der Banger quasi danach. Also Santa Maria für 14 Millionen zurück nach Frankreich. Dafür Eggestein geholt für 5 Millionen. Also eben so ein typischer Freiburg-Transfer eigentlich, wenn man so beschreiben will. Letzte Saison bei uns, Jahrzehnte hinter uns. Ja, also beide Vereine sollten ähnliche Ziele diese Saison haben. Raus aus dem Abstiegskampf halten, soweit es geht. Und eben das gesicherte Mittelfeld, wie man es so schön nennt, haben sie auch gepackt. Ja, die Jahre, seitdem sie aufgestiegen sind. Siebter Platz, 15., 13., 8. und 10. Platz. Sowieso machen die ja tolle Arbeiter unten. Mit Streich und Co. brauche ich euch, glaube ich, nichts zu erzählen zu. Hier interessant natürlich schon Nico Schlotterbeck, an dem wir ja dran waren. Und eben auch unsere Nummer 1, Florian Müller, der letztes Jahr per Laie in Freiburg die Nummer 1 war. Und dazu ist es ja auch noch irgendwo ein Derby. Deswegen wirklich auf viele andere Arten ein sehr interessantes und wichtiges Spiel am Samstag. Die Freiburger sind gestartet mit 4 Punkten aus zwei Spielen, damit auf Rang 5, wir eben 3 Punkte aus zwei Spielen und damit auf Platz 10. Wie gesagt, da dauert die Austeilkräftigkeit noch ein bisschen. Und wir hatten ja auch ähnliche Gegner, also einen von oben, also RB und der BVB eben, und einen von unten. Bei ihnen Bielefeld, bei uns Fürth, für uns folgende Nacht zwei Brocken mit Frankfurt auswärts und Leverkusen zu Hause. Freiburg hat es vermeintlich ein bisschen leichter. Zu Hause gegen Köln, danach geht es nach Mainz, aber nach dem Spielweg ist das sowieso erstmal in der Spielpause. Hier gibt es natürlich historisch doch ein paar mehr Duelle, auf die wir zurückblicken können, im Vergleich zu Leipzig noch letzte Woche. Ja, letzte Saison lief ja sehr unglücklich für uns, würde ich sagen, zu Hause wie auswärts knapp. Und an Spielanteilen und Chancen bewertet haben, glaube ich, sogar die Freiburger in Spielinterviews nach dem Spiel teilweise zugegeben, durchaus immer wieder unverdient verloren. Also aus 2 zu 3, eben die Heimpleite zur Saisonauftakt. Letzte Saison war ja auch sehr, sehr unglücklich und war erst Nummer 3 zu Hause, die wir gegen Freiburg verloren haben. Denn wir gucken ja immer auf das passende Spiel, also Heimspiele gegen Freiburg. Haben wir eine Heimbilanz von 16 Siegen, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen nur. Davon sind 3 Spiele im Pokal, da haben wir auch letztes Jahr 1 zu 0 gewonnen. Machen wir erstmal ein kurzes Kurzupdate zur Kala-Situation so ein bisschen. Also bei Silas sieht es tatsächlich ganz gut aus, auch laut Insider-Informationen sieht es eben gut aus mit Oktober. Hat ja auch Instagram-Leistungen gemacht, wo er ein bisschen trainiert hat quasi auf dem Laufbahn und so weiter. Also bei dem sieht es wirklich so aus, als würde er uns irgendwann im Verlauf von Oktober wieder helfen können. Vielleicht Karasor und Natai sind eben, weil ich die PK mal jetzt mit drin habe, eigentlich stelle ich glaube, dass sie vorbei sind, sind sie aber wohl doch nicht. Und dazu auch Mangala, alle drei hieß es höchstwahrscheinlich keine Option. Koulibaly wird wohl dabei sein, Startelf, mal gucken. Und es wird vermutlich, auch nicht sicher, aber vermutlich einen Kaderplatz geben für entweder Schiplock oder eben Polster. Die beiden wurden ja hochgezogen eben, um ja einfach irgendwie, ja rein von der Mannschaft her, rein von der Position her, irgendwie einen Stürmer zu ersetzen eben im Kader. Aber Milo ist noch ein Kandidat nach einem wirklich ordentlichen Debüt, aber ich tippe ihn mal noch auf die Bank von Beginn an. Deswegen, weil ich eben diesen mutigen Schritt nicht gehe und sich auch sonst nichts groß getan hat, auch in Karasor fehlt noch und so weiter, ist es tatsächlich die gleiche Aufstellung wie auch in Leipzig. Und wie gesagt, trotz unserer ganzen Ausfälle, trotz der Kadersituation, ist es für mich wirklich ein sehr wichtiges Duell jetzt schon am dritten Spieltag, um eben, wie gesagt, auch nach drei Spielen ein gutes Zwischenfazit ziehen zu können, vor der Länderspielpause, in die wir reingehen. 40 war stark, in Leipzig kann man mal verlieren und jetzt kommt eben Freiburg zu Hause. Das habe ich ja vorhin erklärt mit hoch, tief und jetzt eigentlich genau unser Niveau, doof gesagt. Und dazu auch von wohl nahezu ausverkauften Haus. Also wir haben laut dem VfB aktuell 23.800 Tickets verkauft. Gegen Fürthmann es noch 18.000, ich tippe mal, dass es maximal 25.000 sein werden. Ein paar Tickets gibt es auch noch, hat der VfB geschrieben. Also es wird nahezu ausverkauft sein, diese 25.000. Auch wenn es leider nicht so toll werden soll, freue ich mich trotzdem wieder sehr, sehr aufs Stadionerlebnis. Bin natürlich wieder im Stadion, ihr wisst Bescheid, hab da sehr Bock drauf. Freiburg ist auch die Sorte Gegner, wo es aber trotzdem schwierig wird, den Heimstieg mitzunehmen. Man hat es auch gesehen wieder statistisch gegen den BVB, eiskalt. Die gewinnen ihre Spiele eklig eiskalt, wir kennen es ja auch noch. Trotzdem hoffe ich einfach, weil Statistik zu Hause gegen Freiburg sind wir wirklich ordentlich dabei. Generell müssen wir einfach nach Heim macht werden. So ist es einfach, um eben drin zu bleiben, gerade wenn wieder Fans zurück sind. Deswegen sollte man sich hier auf jeden Fall kein Fauxpas leisten. Also wie gesagt, verlieren darfst du auf keinen Fall. Ich denke, wir wuppen das Ding irgendwie mit 2 zu 1. Mir ist wirklich scheißegal wie, hauptsache irgendwie diesen Heimsieg mitnehmen, unschieden. Ja, wäre okay, aber wir müssen ja einfach optimistisch tippen. Deswegen 2 zu 1, wie immer Abstimmung im Community-Tab und natürlich eure Meinung ab in die Kommentare. Und dann auch hier, wie immer, der gesamte Spieltag getippt, den ihr auch genau so in der Kicktipp-Runde auch findet. Also könnt ihr auch noch sehen, von letztem Spieltag, das lief überhaupt nicht. Also ich hoffe, dass die Tipps einen Ticken besser sind diese Woche. Ich bedanke mich hier fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.